Man sucht die Lücke, man findet die Lücke nicht rechts. Tun Janschka ab den Ball. Könnt ihr jetzt Arango-Steil schicken? Ne, versucht mit einem Pass auf Hanke, der ist jetzt auf einmal durchschossen. TOR! Hanke! Mike Hanke macht das 1 zu 0! Und da ist der Kamado! Und da ist schon wieder Lute! Und da ist Hanke! Der Kamado! TOR! Schlappbach! 1 zu 0! Und was jetzt lohnt ist! NIEMELSCHWEIT LIGA! NIEMELSCHWEIT LIGA! NIEMELSCHWEIT LIGA! NIEMELSCHWEIT LIGA! NIEMELSCHWEIT LIGA! NIEMELSCHWEIT LIGA! Die Fans, einmal nur der Wahnsinn, unglaublich. Noch niemals so etwas gesehen. Unglaublich. Dankeschön! NIEMELSCHWEIT LIGA! NIEMELSCHWEIT LIGA! NIEMELSCHWEIT LIGA! NIEMELSCHWEIT LIGA! 1-1-2-0! NIEMELSCHWEIT LIGA! 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 2012 war ohne Zweifel ein Jahr tiefgreifender Veränderungen. Das gilt auch für uns in Europa. NIEMELSCHWEIT LIGA! 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 Wahrscheinlich, ja. Ich habe noch nie gesehen, aber er ist in diesem Moment der Beste. Hanke. Top! Torben Marks, guter Versuch aus der Distanz. Torben Marks. Besser kann man nicht schießen. Torben Marks, das macht er und das ist es. Und natürlich ein spezielles Pujer. Ich sehe im Moment in Deutschland keinen anderen als ihn, der diese Position dementsprechend ausfüllen könnte. Fantastische Spieler. Das ist ein Traumteam in meiner Meinung. Sie sind meine Familie. Sie sind meine Familie und ich kann nicht tun nichts ohne sie zu sprechen. Da sind wir in der Botschaft. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020